Liebe Freunde der Musiklegende Udo Jürgens, ich darf euch alle heute Abend hier in Neckar Vessel recht herzlich begrüßen. Udo Jürgens war über 60 Jahre musikalisch unterwegs, viele Tanzete wieder hat er geschrieben und gesungen. Am 21.12.2014 ist R40 unerwartet von uns gegangen, aber der kleinste liegt dieser Ender-Träger immer bei uns allen im Herzenweiter. In seinem Sinne spielt Europas bekannteste Film-Show Samenmix heute Abend für Sie ihr Live-Programm. Nun genug meiner Worte und ich übergebe die Leitung an Ludwig Herr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Viergele, man fragt sich das Leben, wie die Gärten muss. Immer wird es, das Leben keiner will, ist es groß. Die Viergele, die Viergele, die Viergele.